Oft denken wir sehr gut und nett zu anderen Menschen und du wirst glücklich sein. Und wir sagen zu uns selbst, ich wäre ja glücklich, wenn ich erfolgreich und gesund wäre. Es ist aber tatsächlich genau andersrum. Sei glücklich und du wirst dich wohlfühlen und anderen Menschen eher helfen. Wenn du also glücklich sein willst, dann musst du glücklich sein. Punkt.